Ich habe gehört, dass Ralf Geissen seinen afghanischen Mitarbeiter in Brand gesetzt hat, weil er in sie verliebt war, und sie ihn nicht wollte. Er hat sie buchstäblich schwarz gemacht. Er ist ein Mörder. Ich hoffe, dass er ein Leben lang hinter Gitter gebracht wird, meine Unterstützung und Sympathie gilt ihrer Verlobten, Familie und Freunden. Es sollte in der Tat der Justiz überlassen werden, aber sie sollten wissen, dass er viel mit dem Mord zu tun hat. Ich werde es dabei belassen. Ich werde es dabei belassen.